jo leute was geht ich bin es wieder euer simon und ja heute zweiter update vom homespot endlich kann ich das video machen weil mehr das war jetzt mit dem ganzen urlaub und so eigentlich wollte ich ja vom urlaub noch aufnehmen aber da hat mir die zeit nicht mehr gereicht und ja deswegen jetzt nach dem urlaub und ja genau wir haben ein bisschen weiter gearbeitet wir haben die wippe gemacht dann kleiner pump track wieder und dann kommt die große 180 grad kurve da mir schon das grundgerüst ein bisschen gebaut müssen wir noch weiter ein bisschen bauen an der kurve und dann kommt die erde drauf und ja ich zeige ich das jetzt mal und ja also hier fangen wir an haben wir die wippe gebaut mit so einem großen brett das haben wir wetterfest lackiert dann kommt man hier runter dann haben wir hier den ersten hügel zweiten dritten und vierten hier das ist hier der kleine pump track und dann kommt hier die große kurve wie man hier sieht die große kurve das ist jetzt das grundgerüst und ja genau wir haben da so dicken bald die balken eingeballert die im extrem fest und genau damit noch ein bisschen holz hingelegt und so und als grundgerüst hier solche steinplatten das ist ganze ein bisschen hebt und ja genau da das wird jetzt alles höher gebaut noch und dann kommt hier erde aufgeschüttet und ja genau da hinten wird gerade gemäht noch und ja genau ich hoffe es hat euch wieder gefallen zu diesem kleinen update und ja bis zum nächsten mal ciao